Hallo und herzlich willkommen. Co-Abhängigkeit ist ein ganz wichtiges Thema im Kontext von Traumatisierung. Interpersonelle Traumatisierung. Leidest du vielleicht auch in öfteren an Anhänglichkeit? Oder schießt du Panik, wenn du mal einen Abend ohne deine Partnerin oder Partner verbringen musst? Oder hast du schon mal erlebt, dass du in gewissen Zuständen nicht nur diese Anhänglichkeit hattest, sondern dazu auch noch Scham? Ja, dann ist ja dieser Video genau richtig für dich. Und ich werde jetzt über neun Anzeichen von Co-Abhängigkeit sprechen und auch über die Ursachen, wie das überhaupt entstehen kann und ein paar Inspirationen, wie du das für dich langfristig tatsächlich heilsam auflösen kannst. Ich bin Gabriela, psychologische Berater, spezialisiert auf Bindungs-, Entwicklungs- und Komplextrauma, selbstbetroffen und überlebend und ich freue mich jetzt auf dich. Der Grund, weshalb du emotional abhängig bist, kann an einem mangelnden Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein liegen. Aber auch traumatische Erfahrungen aus der Kindheit können die Ursache dafür sein. Beispielsweise kann eine Verlustangst vorliegen, weil sich deine Eltern getrennt haben und ein Elternteil dann die Familie verlassen hat. Aber prinzipiell Bindungstrauma, also wo in der Bindung zu deinen Bezugspersonen ein traumatisierendes Ereignis ergeben hat, kann die Ursache sein. Dazu gehören emotionale Vernachlässigung oder wenn deine Elternteile einfach psychisch-emotional für dich nicht da sein konnten, zum Beispiel aufgrund einer psychischen Erkrankung. Eine weitere Traumaform innerhalb von Bindungstrauma ist, wenn du emotionale und oder verbale Missbrauch und Einwirkungen erfahren hast. Das passiert insbesondere bei Missachtung von Eltern, wenn sie dich entwertet haben, dich beschämt haben oder sogar als Mittel zum Zweck benutzt haben. Ebenso kann als Ursache für Co-Abhängigkeit die Parentifizierung sein, wenn du in die Verantwortung für andere eingegangen bist und diese Art von Verhalten und Umsorge in einem Helfe-Syndrom dann ausartet. Co-Abhängigkeit kann aber auch erst im Erwachsenenalter entstehen, wenn du eine sehr schlechte Erfahrung in einer deiner Beziehungen schon als Erwachsene erfahren hast, zum Beispiel eine ganz plötzliche Trennung oder durch Verlust und Tod einer sehr beliebten Person. Was ist eigentlich Co-Abhängigkeit? Co-Abhängigkeit wurde sehr, sehr lange im Bezug auf Suchterkrankungen bzw. ihre Angehörigen benutzt. Der Begriff Co-Abhängigkeit wird aber auch im Bezug auf Beziehungen benutzt. Wenn eine emotionale Abhängigkeit in der Kindheit entsteht, dann liegen die Ursachen immer in der Bindung zu deinen ehemaligen Bezugspersonen. Es ist bewiesen, dass Erfahrungen aus der Kindheit das ganze Leben prägen können und natürlich auch unsere Beziehungen im Erwachsenenalter beeinflussen. Häufig steckt hinter der emotionalen Abhängigkeit eine Verlustangst. Vielleicht haben sich deine Eltern getrennt und du fühltest dich von einem Elternteil im Stich gelassen oder sogar verraten. Oder du hattest beispielsweise einen Stiefvater, der alles andere als kindgerecht verhalten und deine Mutter aus Angst vor ihm nur zugeschaut und nicht in die Situation eingegriffen hat. Wenn du bereits im frühen Alter die Erfahrungen gemacht hast, dass eine Trennung Konsequenzen mit sich zieht, also dass du unter anderem deinen Vater zum Beispiel nur noch alle zwei oder vier Wochen sehen konntest, kann sich eine Verlustangst entwickeln. Diese und andere traumatische Ereignisse, die Beispiele habe ich bereits am Anfang schon erwähnt, können dann zur Folge haben, dass diese sich im Erwachsenenalter so auswirken, dass du Co-Abhängigkeitssymptome hast. Aus Angst davor, wieder verlassen zu werden, weil ein Alternteil damals gegangen ist, tust du alles dafür, um deinen Partner an dich zu binden. Du gibst dich selbst auf, weil du hoffst, dass er bei dir bleibt, wenn du nur alles für ihn tust. Die Selbstaufgabe ist eine der weiteren Ursachen für Co-Abhängigkeit. Und Selbstaufgabe passiert auch durch narzisstischen Eltern. Denn die Bedürfnisse anderer, deiner Bezugsperson eben, ist das Wichtigste und dein eigenes Bleiben vollkommen auf der Strecke. Das heißt, dass du deine eigenen Grenzen und Bedürfnisse, Wünsche entlernst. Und wenn du meine Videos und Podcasts schon länger hörst, dann weißt du, was das bedeutet und warum ich das so betone. Denn verlernen kann man nur dann etwas, wenn man diese etwas schon mal bereits gekannt oder gekonnt hat. Deshalb sage ich entlernen, denn das impliziert ja schon, dass durch jemand anderen sozusagen diese Fähigkeiten von uns genommen wurden. Wichtig zu beachten ist übrigens, dass eine Co-Abhängigkeit auch dann entstehen kann, wenn du überbehütet aufgewachsen bist. Im Neudeutsch wird Helikoptereltern genannt. Folglich kann es dir sehr schwer fallen, allein Entscheidungen zu treffen. Wenn du in deiner Kindheit nicht nach deiner Meinung gefragt wurdest oder über dich hinweg bestimmt wurde, bist du im Erwachsenenalter darin gehemmt, dich zu äußern. Das führt auch oft zu Scham. Du glaubst, dass deine Stimme nichts wert ist, weil deine Eltern immer den Tun vorgegeben und bestimmt haben, was du zu tun hast. Auch diese Einwirkung ist eine Ursache für einen geminderten Selbstwert und somit kann ein mangelndes Selbstwertgefühl nicht nur durch Einwirkung von emotionalen und verbalen Gewalt entstehen. Typische Anzeichen für ein niedriges Selbstwertgefühl sind übrigens das Gefühl, nicht liebenswert zu sein, unzulänglich zu sein und Gutes nicht zu verdienen, ist ein Zeichen für ein geringes Selbstwertgefühl. Selbstgespräche wie Ich mache nie etwas richtig oder Keine mag mich sind weitere Warnzeichen dafür, dass du deinem Selbstwertgefühl mehr Aufmerksamkeit schenken solltest. Wenn du dich selbst und anderen gegenüber übermäßig kritisch bist, dich durch Misserfolge leicht entmutigen lässt und soziale Situationen meidest, sind das alles auch Anzeichen dafür, dass du am Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühls arbeiten solltest. Menschen mit geringem Selbstwertgefühl fühlen sich oft schüchtern, beschämt oder verlegen, wenn sie unter Menschen sind. Sie versuchen vielleicht auch, sich selbst herunterzumachen, bevor es jemand anderes tut. Erkennst du dich vielleicht wieder? Bei KPTBS, also meist vernachlässigende und missachtende Verhalten deiner Eltern, entstehen insbesondere toxische Scham- und Schuldgefühle. Ein weiteres Zeichen für niedriges Selbstwertgefühl ist, wenn du immer die Zustimmung anderer benötigst, um dich selbst gut zu fühlen. Oder du vergleichst dich mit anderen und denkst dabei negativ von dir. Ein weiteres Beispiel dafür, das anhaltende Gefühl, nicht wertvoll zu sein, kann sogar dazu führen, dass du keine Risiken eingehst und zum Beispiel nie einen neuen Job beantragst und viele, viele Möglichkeiten des Lebens verpasst. Ein weiteres Beispiel dafür als Zeichen, wenn dich die ständige Angst lähmt, wenn es darum geht, allein zu sein, allein zu bleiben oder verlassen zu werden. Obwohl du dich wie in einem Gefängnis gefangen fühlst, glaubst du noch immer daran, anderen gefallen zu können, indem du zu allem Ja und Amen sagst und keine Grenzen setzt. Ängste entstehen bei Kindern ganz häufig, wenn die Eltern oft Wut, zum Beispiel bei Äußerungen von Bedürfnissen und Wünschen geäußert haben oder versprühen ließen. Ein weiterer Grund für die Entstehung emotionaler Abhängigkeit kann auch aus einer Unzufriedenheit in Bezug auf das eigene Leben entstehen. Hast du das schon gewusst? Wenn unser Partner oder unsere Partnerin Freude schenkt, von der wir nicht wissen, wie wir sie alleine in uns erzeugen können, kann genauso zu einer Co-Abhängigkeit führen. Denn das ist ein klares Zeichen, dass es an Hobbys und Freundschaften oder Beschäftigungen mangelt, die uns Freude bereiten. Und es kommt zumeist bei Menschen vor, die mit der Identität so auf dem Kriegsfuß stehen. Wie sowas entsteht? Naja, gerade bei Parentifizierung und bei all den verschiedenen Art von toxischen Erziehungseinwirkungen, wobei du bei einer Selbstaufgabe gelandet bist. Sobald deine Grenzen mehr oder weniger verschwunden waren, ist es äußerst schwierig, die Frage zu beantworten, was will ich denn? Und was sind denn meine Bedürfnisse? Ja, das ist ein klares Zeichen dafür, dass man sich irgendwann aufgegeben hat und irgendwann ist man verloren gegangen. Also, um diese Freude von Freund und Freundin zu bekommen, gerate ich auch in eine Abhängigkeit. Und nun die wichtigsten Anzeichen für eine emotionale Abhängigkeit. Du kannst nicht allein sein. Jegliche Situation, in der du von deinem Partner getrennt bist, löst in dir Panik aus. Anstatt, dass du dir einen schönen Abend machst, während er oder sie sich mit einem Kumpel oder Freundin trifft, kannst du die Zeit alles andere als genießen. Statt in Ruhe deine Lieblingsserie zu schauen oder Netflix guckst und die Zeit auch mal allein zu genießen, kreisen deine Gedanken ununterbrochen um ihn oder sonstigen Dingen nur bei dir selbst bist du nicht. Ein zweites sicheres Anzeichen für emotionale Abhängigkeit ist, wenn du keine oder nur sehr wenige Freunde, soziale Kontakte hast. Und es ist äußerst riskant für einen Partner, alle Freunde und sozialen Kontakte zu vernachlässigen oder gar zu beenden. Solltest du einmal Hilfe benötigen, beispielsweise weil du in der Beziehung nicht weiter weißt oder es Probleme gibt, hast du niemanden, dem du dich anvertrauen kannst. Zwar ist es verständlich, dass man in einer Partnerschaft gerne Zweisamkeit genießt, allerdings sind wir dazu gemacht, Kontakte zu unseren Mitmenschen zu haben. Aus Angst, dass dein Partner oder Partnerin dich verlässt und du dann ganz allein dastehst, verstärkt sich die emotionale Abhängigkeit nur noch mehr. Zum dritten ist ein Anzeichen, wenn du dich nicht selbst traust, Entscheidungen zu treffen und diesen nachzugehen in der Umsetzung. Statt dass ihr in eurer Partnerschaft alles gemeinsam bespricht und zusammen eine Entscheidung trifft, überlässt du es ihm oder ihr. Natürlich kann das bequem sein, allerdings ist es alles andere als gesund, wenn du deine Meinung nur deshalb nicht äußerst, weil du Angst davor hast, dass diese ihm oder ihr nicht passt. Stattdessen sprichst du nur das aus, bei dem du denkst, dass es ihm gefällt. Dabei betrüfst du dich allerdings selbst, weil du es ihm versuchst, recht zu machen und dich selbst aber dabei übergehst. Zum vierten ist ein Anzeichen dafür, dass du in Abhängigkeit geraten bist, wenn das Gefühl, nie gut genug zu sein, ein ständiger Begleiter von dir ist. Aufgrund deines mangelnden Selbstwertgefühls suchst du ständig nach der Bestätigung deines Mannes oder Freundin. Du hast das Gefühl, dass du niemals in der Lage dazu bist, gut genug zu sein. Deshalb gibst du alles in der Hoffnung, ein wenig Anerkennung von ihr oder ihm zu bekommen, damit er oder sie dir die Unsicherheit, die du fühlst, nimmt. Allerdings kann dir kein Partner und keine Partnerin dieser Welt dein Selbstwertgefühl steigern, denn es kommt aus dir innen heraus und du kannst es selbst in die Hand nehmen, um endlich zufriedener, gelassener und unabhängiger zu werden. Ein weiteres Signal Unbegründete krankhafte Eifersucht Wenn man jemanden liebt, ist es natürlich, dass man eifersüchtig ist. Gegen eine gesunde Eifersucht ist absolut nichts einzuwenden. Anders sieht es aus, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin in jeglicher Hinsicht misstraust. Das äußert sich darin, dass du ihn über jedes Detail ausquetscht oder auch die Anrufe und Nachrichten sogar auf seinem oder ihrem Smartphone kontrollierst. Und jetzt geht es ins Eingemachte. Jetzt kommen vier Signale, die du keineswegs übersehen bzw. unbehandelt lassen darfst. Starke Orientierung im Außen Denn Co-Abhängige neigen dazu, ihre Zeit damit zu verbringen, über andere Menschen oder Beziehungen nachzudenken. Oft versuchen sie zu entschlüsseln, was ein anderer denkt oder fühlt und warum. Kennst du vielleicht von dir? Sie tun das, weil sie sich von der Zuneigung anderer Menschen stark abhängig machen und Angst vor Ablehnung haben. Ihre Gedanken kreisen sich oft darum, ob sie in irgendeiner Art etwas falsch gemacht haben könnten. Sie sind sehr darauf bedacht, unter keinen Umständen Fehler zu machen. So sehr schnürt die Angst, von anderen zurückgewiesen zu werden. Meistens sind sie so gefühllos für sich selbst, dass sie gar nicht wissen, was sie eigentlich brauchen und fühlen. Und falls doch, sprechen sie nicht gerne darüber. Hast du vielleicht oft Angst, anderen zu Last zu fallen, wenn du ihnen deine Wünsche ehrlich mitteilst? Es bereitet manchmal große Schwierigkeiten, deine Gedanken, Bedürfnisse und Gefühle offen zu kommunizieren. So viele Menschen trauen sich nicht, auszudrücken, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Wir haben das einfach nicht gelernt. Stattdessen tun wir so, als wäre alles cool. Aber das macht einfach nicht glücklich. Im Gegenteil, diese starke Außenorientierung hält dich grundlegend davon ab, dein eigenes Leben zu leben. Ein weiteres Signal sind sehr schmerzhafte Emotionen. Co-Abhängigkeit erzeugt permanenten Stress im Alltag und führt zu Schmerz und Leid, zum Teil sogar unbewusst. Auch ich erfuhr das über Jahrzehnte, was das bedeutet und erst viel später habe ich erkannt, dass ich eigentlich ständig im Überlebensmodus war. Und erst später habe ich dann auch verstanden, womit das zusammenhängt. Denn ein niedriges Selbstwertgefühl und tiefsitzende Schamgefühle erzeugen eine ständige Angst, abgelehnt oder verlassen zu werden, Fehler zu machen, selbst ein Fehler zu sein, allein zu sein, verurteilt zu werden, gefangen zu sein. Diese inneren Ängste rufen Wut, Gräuel, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in uns hervor. Dadurch besteht die Gefahr, sowohl von diesen Gefühlen regelrecht überrollt und überfordert zu werden, als auch in Depression zu verfallen. Wenn du nicht lernst, mit diesen Emotionen gesund umgehen zu können, das endet nicht gut. Was für Entwicklungstrauma so typisch ist, dass wir uns dann in solchen Fällen, wenn diese Emotionen uns auch heute heimsuchen, sehr, sehr schnell dissoziieren und ohne dessen bewusst zu sein, uns die Lebendigkeit im Leben nehmen. Ein weiterer warnendes Signal ist es, wenn du ohne andere nicht existieren kannst. Es gibt viele Menschen, und auch ich gehörte zu ihnen, die ohne eine Beziehung nicht leben können. Ich habe kaum eine Beziehung beendet oder war eine Trennung da, habe ich eigentlich schon einen nächsten Partner gehabt. Obwohl Co-Abhängige erwachsen sind und somit selbstständig leben können, haben sie Angst davor, von anderen Menschen verlassen oder zurückgewiesen zu werden. Viele müssen immer in einer Beziehung sein, weil sie sich sonst einsam und niedergeschlagen fühlen. Das Gefühl von Einsamkeit ist manchmal unerträglich gewesen. Wenn du das auch von dir kennst, dann fällt es dir vermutlich auch schwer, eine Beziehung zu beenden. Selbst wenn diese Beziehung schmerzhaft oder gar missbräuchlich ist. Du führst dich gefangen, denn eigentlich weißt du ja, dass eine Trennung sinnvoll ist. Aber deine tiefe Angst, ohne diesen Menschen allein und verloren zu sein, ist meistens größer als das Leid innerhalb der Beziehung. Also wir dissoziieren weiter und leben das Leben ohne Lebendigkeit. Genau aus diesem gleichen Grund fällt es vielen Co-Abhängigen Menschen schwer, ihre toxischen oder alkoholkranken Partner zu verlassen. Sie halten sich vollkommen verzweifelt an jedem Strohhalm fest, um diesen Menschen, von dem sie ihr Glück abhängig machen, nicht zu verlieren. Meistens bleiben Co-Abhängige in einer Verstrickung, die ihnen jegliche Energie raubt, weil sie ihr Schicksal in die Hände eines anderen gelegt haben und sich nicht vorstellen können, ohne den anderen leben zu können, bevor die Beziehung zerbricht, haben sie sich oft bereits selbst schon zerstört. Und hier möchte ich das letzte Signal mitgeben in diesem Video. Wenn du eigene Bedürfnisse leugnest, manchmal führt deine Aufopferung dazu, dass du gar nicht mehr für dich selbst lebst. Du bist immer stark und sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe benötigt. Wenn du allerdings selbst mal Hilfe benötigst, kannst du nicht danach fragen und erst recht keine annehmen. Du vergisst deine eigene Verletzlichkeit und verleugnest gleichzeitig dein Bedürfnis nach echter Liebe und Intimität. Da Co-Abhängige oftmals gar nicht wissen, was sie selbst fühlen, konzentrieren sie sich darauf, was andere fühlen. Symbiotische Partnerschaften sind ganz häufig ein offensichtliches Zeichen für Co-Abhängigkeit. Sie achten darauf, was andere Menschen brauchen könnten, statt sich ihrer eigenen Wünsche bewusst zu werden. Sie sehen das auch nicht, dass sich dieses Verhalten negativ auf ihren Alltag auswirkt. Es fällt ihnen schwer, sich ihrem eigentlichen Problem bewusst zu werden. Co-Abhängigkeit Und stattdessen denken sie, das Problem sei jemand anderes, zum Beispiel der Alkoholiker, oder sie empfinden sich typischerweise als Opfer ihrer Umstände, weil, naja, die Familie ist ja zerfallen. In ihrer Verzweiflung und Hilflosigkeit versuchen sie, ihre Situation mit allen Mitteln zu entschärfen, oder die Menschen, die sie für ihre Lage verantwortlich machen, zu ändern. Dabei wird etwas ganz Wichtiges übersehen, nämlich etwas, was wirklich helfen würde. Die eigene Rolle hinterfragen und das eigene Verhalten offen und ehrlich reflektieren. Ja, und die Lösung fragst du wahrscheinlich danach. Der erste Schritt ist immer, dass wir das erkennen, dass wir diese Verhalten praktizieren und leben. Und als nächstes ist äußerst wichtig, dass du mit dir Geduld hast, denn die Verarbeitung und das Verändern von emotionaler Abhängigkeit natürlich ein Prozess, was nicht von heute geht. Mein Geheimtipp Nummer 1 Versuch ab sofort, deutlich mehr Selbstfürsorge zu praktizieren, indem du dir selbst die Aufmerksamkeit, Bestätigung und Liebe entgegenbringst, die du dir so sehr von deinem Partner, Partnerin oder Kollegen und Chefs wünschst. Denn so bist du bereits auf dem Weg der Unabhängigkeit und wirst du ganz neue Lebenserfahrungen erleben. Nun, ich bin ganz zuversichtlich, dass du einiges für dich erkennen konntest und für diese traumabedingte Co-Abhängigkeit ein paar gute Tipps bekommen hast, wo du ansetzen kannst und wie du dich in Beziehungen zunächst vielleicht mal anders verhältst. Erzähle mir, berichte sehr gern über deine Erfahrungen oder wenn du Fragen hast oder eine Begleitung brauchst, dann findest du mich über den Link in den Shownotes. Ich wünsche dir erstmal alles Gute und alles Liebe. Gabriella Ich wünsche dir erstmal